Musik Landschafts-Simulator 15 Schauen wir mal rein Wie das Spiel so ist G-G-Starten Uhhh Nein, versteckt nicht Ach, da bin ich gerade schon Ah, ja Abstellplatz Wir machen gleich mal hier noch runter Mh, mh Okay. Armenkuppel. Gibt es irgendwo Optionen? Ne, scheiße. Weil es ziemlich ziemlich laut hier. Machen wir mal 10% hier. So. Jetzt ist besser. Nicht so laut. Nicht ein, nicht aus. Ah. Schnell rückwärts fahren und weiter gehen. Ah. Woher ausfahren. Härte einschalten. Woher ausfahren. Woher ausfahren. Woher ausfahren. Freitlich. Okay. Ah. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Und weiter geht's. Noch ein Stück. Ja. Ah. Oh. 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 Ähm. So machen. Ooh. Ähm. Einschalten. Das ist ganz easy hier. Gucken wir mal weiter. Was war hier drin? Ah, da war drei Stück. Und dann noch mal was anderes. Vielleicht noch. Werden wir erstmal hier den ganzen Mist hier absägen. Ach, Moment, ein Kuh hängt hier. Und dann noch mal was anderes. Auf jeden Fall sehr interessant hier irgendwie. Zwar nicht der Burner, aber macht auf jeden Fall Laune. Ah, komm, rede ich noch ein Stück. Ja. Ja, man weiß nicht, was man hier so viel sagen könnte. Aber kostet auf jeden Fall 30 Euro im Megamarkt. Oder ihr holt euch schon 15K. Vielleicht schaut auch voll aus. Auf jeden Fall. Das war auch sehr schön. Könnte zwar noch besser sein, aber... Läuft schon. Ja. Ach, da haben wir ein paar Helme vergessen. Egal. Ja. 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 Das machen wir noch mal später. Na, da könnte man auch so... Kreis fahren, oder? Denk ich auch viel. Ja. 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 Gucken mal, was commands das entsch티kt! was wir dann machen müssen fahren wir einfach mal quer durch hier wo zwischendurch hier ganz witzig aber auf Dauer auf keinen Fall hier der 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 Das ist sehr gut. Jetzt kommen wir mal die ganze Schaut mehr. So. So.